Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und ich werde heute wieder live streamen. Heute ist Samstag, der 26.10., der österreichische Nationalfeiertag, bitte. Es ist eigentlich frevelig, dass ich streame, statt dass ich stramm stehe neben einer Flagge den ganzen Tag lang. Aber es hört sich ein bisschen fadern. Deswegen tun wir lieber streamen. Wir werden um 5 Uhr anfangen, drüben auf www.twitch.tv-böser-gummibaum. Und wir werden doch die Rimmau-Kolonie weiterspielen, weil ich jetzt gerade wieder Lust bekommen habe, Rimmau zu spielen. Weil ich es beim The After My Fan Video aufgenommen habe. Und ja, deswegen werden wir das weiterhin tun. Ich freue mich wie immer über jeden, der vorbeischaut. Bis dann.